Umut, Glückwunsch! Hier deine 250.000 Euro. Heftig, ich bin einfach FIFA-Weltmeister. Passiert das gerade wirklich? So gut, das ist so real. Fast schon. Real Madrid. Der wird zwar schlecht, EA. Im Gegensatz zu Umut. Danke, Real. Wie sieht's aus? Hättest du vielleicht Lust für... Nein, keine Chance, Real. Der spielt für uns. Und? Schon eine Idee, was du mit der Siegprämie machen wirst? Naja, am schlauesten wär's vermutlich, das vernünftig anzulegen. Was? Digga, alles rein in FIFA-Points für FIFA 23? Und yalla! Irgendwann werd ich auch mal so gut FIFA spielen wie du, Umut. Aha, ja, Fabi, ich hab deinen FIFA-Kanal gesehen. Das glaub ich nicht. Naja, aber wenigstens ballerst du Geld in FIFA-Points. Ja, leider. Äh, leider. Und? Hast du mich dann wenigstens in den Pack gezogen? Keine Ahnung, Cristiano. Find's doch einfach selber raus, Mann. Wie? Naja, guck einfach mal auf meinem FIFA-Kanal vorbei, dann siehst du ja, wenn das Pack-Opening online kommt. Ja, Mann! Na, endlich! Na gut, dann sehen wir uns am FIFA-Kanal, ja? Ja, siehst du siehst! Ja, siehst du siehst! Ja, siehst du siehst!